so herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play story of season race of my normal town ja wir haben in der letzten folge wieder ein schönes event ausgelöst und wenn jetzt mal dabei die nächste sache zu erledigen da bist du In der letzten Folge hatten wir eine komische Art von magische Blumen gefunden. Auf einmal. Mal schauen, was wir heute alles erleben. So. Schönen Holz mitnehmen. Heizkümer gebrauchen. Die bauen jetzt so oder so. Weil wir wollen ja unser Haus ausbauen. So. So. Gucken wir mal, ob wir zu unserem süßen Eddie kommen. Jo. Danke. Herr. Er scheint eine Erkälter rumzukehren. Also pass auf. Ich brauche ihn gut auf dich auf. Jo. So. Dann haben wir ja schon, wie ihr gesehen habt bei Eddie, das grüne Herz wird geschlossen. Warum? Jo. Ihr faulen Arbeiters. Ihr sollt arbeiten. Und nicht da irgendwo fallen rum. Nein. Tschüss. Machen wir als nächster. Okay. Dann einmal. Na. Komm. Lauf, 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 lauf. So. So. Mit der Ernte will ich schön arbeiten zum Beispiel. Dann kann man ja. Soll eigentlich Holz hacken. So. 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 Also hier hinten haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. Okay. So. So. Ist er da? Jo. Ah. So kann ich noch mal in den Lüter einstecken. Ah. Bitte stumm. Nein, 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 doch, doch, doch. Oh, that's the signs. Okay, thank you. So, schön gegossen, meine Lieben, das ist fein. Jetzt brauchst du eine Sische. Und weiter geht es. So. So. So, das muss man mal aufwollen. Nein. Ja, ich hab dir was zu essen. Willi, halt durch. Fett, fett, fett. So. Weiter geht's, weiter geht's halt. So. Oh, oh, das ist nicht so. Äh, so. Mal kurz warten, finde ich, das ist sicher. So. So, das macht man schon. So. 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 Halt, einmal in den Schrank rein. Zwei, drei, vier. So. So. Mal kurz raus. Da rein. Das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg. Das weg, von vorne hin. 181. Ja. Und schlafen. So. 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 Dann. Okay. So. 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 Weißt du was? Ein Baustuch. So. Ach nee, ich will jetzt nicht wieder reden. So. Einmal, zweimal. Und dreimal. So, weiter geht's. So. Papier? Na, schön. Stattel hat was zu erzählen, du kleine Mon. So. Montag sprich? Nein. Dann. Dann. Mitnehmen. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Dann. 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 ja, wäre durch, mini weil unser nächstes zählt, ist das große Ich brauche meine Frau, um dann das erzünderführige Bett zu kaufen. Dementsprechend müssen wir Geld sammeln. So! Einmal. 1 2 3 4 4 6 1 2 3 4 5 Na komm! Drei mal! Wenn ihr lieber kommt... Und 6 1 2 3 4 7 6 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 8 9 10 10 10 11 6 7 9 10 10 11 11 11 12 13 12 14 16 So, dann haben wir wieder einen Park geschafft. Ja, bitte. 7 und 14. So, speichern ich vergessen. So, jetzt nochmal den Park durch. Gucken. Jo. Wir können schon wieder ernten. So. 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 Ich krieg's verbessern. Die Axt. Silber. Aber gern. Und 2000 Silber. Danke dir. Also, zwei Tage. Sprich und Freitag. Haben wir schon nur unsere... Okay. So. Wir lagern das erstmal mit Dings. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal schlafen. Und... Ja. Damit wünschen wir auch diese Folge wieder. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. 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 Ja.